Und damit Willkommen zurück bei diesem Cliffhanger von Let's Play Argus Generations of War. Was hat den General denn hier so aufgewühlt? Es kam aus dem Vore, aus dem Wald. Ridd an der Szene. Oh, älter, ältester. Was machen Sie denn? Ja, wir sollten ebenfalls unsere Hilfe geben. Äh, ja, euch helfen. Nein, das ist ein Kampf zwischen mir und Frugund. Ich kann es nicht zulassen. Und dies ist unsere Heimat, kleiner Mensch. Welche Kreatur wird einer anderen erlauben, seine Heimat zu vernichten? In den Kampf, meine Frau. Was? Was tun Sie? Entzünde die Feuer, los! Ich denke nicht. Kling, 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 kling. Oh, ne, da kommt unser Kampf. Hoffentlich mal nicht surprised. Weil Yayoi ist, ähm, ja, ein bisschen angeschlagen, würde ich mal sagen. Oh, nein. Wie doch surprised. Surprise, surprise. Nein, das ist jetzt, äh, unzingelt. What? Ich hoffe, der Plan geht so auf, wie ich ihn geplant habe. Oh, so, Moment, da kann sie auch hin. Ha, können wir alle vereinen. Lass meinen Plan aufgehen. Okay, erstmal kriegen wir dich hier raus mit dem Trick-Hit. Dann. Fangen wir mit dem Impuls an. Und heizen den Leuten mal wieder so richtig ein. Dann. Kann das. Ne. Dann das. Geht auch nicht. Oder? Sonic Wraith. Ah ja, hauptsache alles mal reingehauen. Sie ist halt jetzt in dem Nahkampf mit denen, aber... Ich hoffe, ihr ist es besser, als wenn sie da oben ist, bei den vier. Das hier unten kann sie nämlich vielleicht sogar noch überleben. Weil die genügend andere Ziele haben. Gut. Aber wir haben ihn endlich mal gebrochen. Element of... Äh. So, du kannst dich nicht selbst versorgen, weil du nicht dran bist. Bitte lass es das gewesen sein. Ja, genau so. Okay, das ist schlecht. Naja, die Soldaten können sich da ein bisschen aufputschen. Stamina ab. Das ist alles nicht so gut. Das ist irgendwie sowas wie der Leutnant von denen oder so. Ja, gut. Lass es. Okay. Ähm. Selbst ist sie da, ne? Und deswegen... Ja. Äh, zum Glück geht doch nichts. Okay. Äh. Au. Lass ihn in Ruhe. Das Schlimme ist ja, dass sie sich erst mal selbst versorgen muss. Weil es ist viel schlimmer, wenn sie stirbt, als wenn er stirbt, sei. Bei ihm haben wir noch zwei Leute, die wiederbeleben können. Und der kann dann so hin. Das Spiel kann eigentlich hier bleiben. So. So. Ja, gut. Auf den kannst du gehen. Das ist mir sowas von egal. Der Typ ist für meine ganze Kombination eigentlich nie wirklich wichtig. Und je mehr ihn schlagt, umso mehr SP hat er, dann kann er vielleicht mal seine neue Superattacke machen. Oh, nee. Und dann schläfert ihr ihn ein? Sides denn des Wahnsinns? Ähm. So. Den Generalen müssen wir vernichten. Flame Edge, Fire, Power Attack, Power Attack, Ghosted, Sonic Wave Blast, Black Scansion, Ice Needle, Earth Needle, und ja, das dürfte eigentlich lang. Ich muss ihn auslöschen, das ist das Wichtigste gerade. Aber das wird irgendwie nix, habe ich das Gefühl. Nee, das scheint nix zu werden. Was nicht unbedingt gut ist. Aber du gehst auf ihn. Auch wenn du mit deinen Angriffen wesentlich mehr Schaden machst als ich. Ähm. So, heil dich. 675 ist zumindest mein Anfang. Und wenn die sich boosten, ist alles okay. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, diese Boost, sie bringt es nicht wirklich. Aber, ja. Super. Ich kann doch nicht mal das Gras benutzen. Ah, dafür kann ich das jetzt benutzen. Okay. Ist er wieder in Ordnung. Und er kommt natürlich auch wieder auf die Beine. Perfekt. So. Okay. Das ist alles noch in Ordnung. Alles noch im guten Bereich. Das ist wieder mal nicht im grünen Bereich. Das ist eher im roten Bereich. Okay. Das muss so bleiben. Den können wir hier rüber. Das wäre natürlich so noch besser. Aber dann habe ich den Chef nicht mehr drin. Gut. Äh. Okay. 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 Wo ist er denn? Ah, da hat er den. Das ist so. So ist es okay. Okay. Dann schauen wir mal, was wir alles haben. Ein Skillset. Er hat einen Rushstorm. Mach erst mal das. Vielleicht langt das sogar. Ja, das langt. Gut. Rücktuch, rücktuch. Wahrscheinlich. Beutschock. Ach, Grand Lieutenant hieß der sogar. Mal gucken, welche Skills ich gegen wen einsetzen kann. Da. Hier ist Fast Blade. Okay. Halt ihn noch mal ein. Okay. Äh, ja. Super. Böses Omen ist schlecht. Ihr macht weniger Schaden. Aber ihm macht es euch Schaden, glaube ich. Weil Isel Omen hat. Ja. Er kriegt den dreifachen Schaden. Also, dreiviertel von dem, was hier steht, hat er am Glück. Autsch. Doppel-Autsch. Viel zu viel Autsch. Kommt schon. Okay. Ähm. E. Äh. Äh. Ne, halt E. Na, ihr steht so doof. Halt, Moment. Der kommt noch. Der hat noch 21 Punkte. Der hat drei. Ja, wir müssen den hier ausschalten. Flamest. Flamest. Unbusted. Nur wenn der stirbt, sind wir gerettet. Nude, der ist weg. Und, äh, die breaken sogar. Hm, super. Ja, das könnt ihr für die nächste Punkte auch bewahren. Ähm. Halt, ihr mal was für ein Scheinstorm. So. Stand 2. Und Stand 2. Okay, so. Halt, äh, Okay. Geh so ran. Weil der wird so rangehen. Wieso? Wieso? Okay, dann gehen wir so ran. Ach du Scheine, jetzt teilen die sich so auf. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Dein Blaze-Storm kannst du leider nicht ausführen. So, Double-Edge-Power-Attack. Okay, der tötet ihn mit einem Schlag. Ich dachte schon, er bräuchte mehr. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir den Rest der Gruppe sowieso hinkriegen. So, normalerweise bist du der, der keinerlei Hilfe braucht. Und trotzdem. Brauchst du Hilfe. So, das trifft den anderen nämlich auch. Und da es auf dem In-Plus-Feld steht. Element of Earth. Super. Oh, das könnten wir mal machen. Äh, Skill-Zone. Und dann hier das Protecting Shield. Was hat es jetzt gebrannt? Also, das ist auf das. Das hier der Tarns, äh, was waren das? Das ist die Powers of the Forgot to Protect the Party. Effekt 75. Wahrscheinlich verhindert, dass das in irgendeiner Weise schaden. So. Ich möchte auf und vernichte diesen Feind. Ja, Fragment of Life. Oh, ich habe da PP bekommen. Party Points. Und 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 und. Oh, kurz vor Levelaufstiegen. Wieder mal. Nun gut, dann werden wir uns bei der nächsten Folge noch einmal wiedersehen. Bis dahin. Auf Wiedersehen.